Hey Leute! Ja, weiter geht's mit MegaMeX und dieses Mal Amorte Amadello! Yay! Ja, genau. Amorte Amadello. Wir werden ja sehen, ob er gut ist oder nicht so gut. Ja. Ich denke mal, er wird eher zweiteres sein. Biiu! No, ist nochmal den ganzen Weg zurückgeschleudert worden. Oh mein Gott. Weg, weg, weg. Oh, hier sind... Ja, das war die Stage mit den dummen vielen Fledermäusen. Da waren wirklich so viele in einer Stage. Ihr seht schon, ne? Oh, weg. Okay, ich stirb. Oh, 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 oh. Ach ja, genau. Wartet, Leute. Hier habe ich mal irgend so in einem Video gesehen, keine Ahnung von wem das war, dass hier noch ein Energiecontainer ist. Also... Schnell hoch, schnell hoch. Ach, gut. Hier war doch einer, ne? Yes, yes, yes. Ich wusste es. Okay. Du kannst jetzt auch langsam abfucken, Maschine. Oh, komm schon. Und ich habe nicht auf den Helm geachtet. Okay, okay, okay. Ah, da ist er weg. Stopp, stopp. Oh Gott, so viele Gegner. Auch keine schöne Stage, aber die schlimmste ist, finde ich. Also nach dem, was ich gesehen habe, zu urteilen, die von... Die von Dingens. Ja, die von Dingens, genau. Jetzt wisst ihr ja Bescheid, natürlich. Ihr wisst ja, wer Dingens ist. Nein, ähm, Dingens ist... Wer ist Dingens? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ach, ja, genau. Dieser eine Typ da, ne? Ja, genau, der eine Typ. Boah, Coango. Jetzt weiß ich ja. Yes. Okay, so runter, 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 runter. Wow, wow, wow. Okay. Das ist schön bequem hier. Ah, ah. Weg, weg, weg. Oh Gott. Okay, jetzt hier runter. Halten. Ich will... Oh, wartet mal. Ich muss schon mal hier Waffe ändern. Genau. Die Flamme brauche ich jetzt hier. Denn... Ich will diese Maschinen hier schnell zerstören. So schnell wie es geht. Ja. Das ist mir sogar ganz gut gelungen. Das ist schön. Denn jetzt können wir hoch zu dem Herzcontainer. Yay. Das ist schön. Zum Glück haben wir schon alle Ausrüstungsteile. Wo? Ja. Zum Glück. Okay, jetzt können wir hier mal in Ruhe durchfahren. Naja, was heißt in Ruhe? Ich wurde sogar verletzt. Oh mein Gott. Nein. Okay, okay, okay. Oh, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz was testen, ne? Sorry, Leute. Selbst wenn das stören sollte. Ich muss mich das mal testen, jetzt. Ganz kurz. Deswegen mache ich hier auch nochmal Save Sates. Ich will nämlich später ja nochmal irgendwann zu der Hadouken kommen. Und ich will wissen, von wo man, wo aus man da springen muss. Ja, von hier aus. Okay, das kann ich mir erst mal. Okay. Hier war die Waffe von, von wem war die effektiv? Ich glaube, die von Spockman Drill war hier effektiv. Und wenn nicht, dann... Scheiße. Ja. Ah! Alten. Du wechst mich ja richtig hier. Nö, tust du nicht. Aber ich tue gerade hier meine... Waffe verschwenden. Extremst. Okay, deswegen geht's auch nochmal von vorne los. Okay, gut. Und mir ist langweilig. Nee, boah, ein Scherz. Mega Man ist ein geiles Spiel. Also Mega Man X. Mir gefällt's wirklich sehr, sehr schön. Ähm, sehr, sehr schön, ja, genau. Mir gefällt's sehr, sehr schön. Okay, gut, 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 gut. Okay, er rollt wieder rum, er rollt wieder rum. Nein! Fuck. Stopp! Hahaha! Und das war's für... I... Amor Amadillo! Was bekommen wir denn wohl? Mal sehen. Das werde ich genau jetzt herausfinden. Bidding! Ja. You get rolling shields. Okay. Ach das, cool. Cool, cool, cool. So, okay, und jetzt zur Stage von Launch Octopus Abo natürlich erst im nächsten Video. Bis dahin. Tschau Leute!